Das DFB-Team ist zum Abschluss der Gruppenphase mit einem blauen Auge davongekommen und damit ganz herzlich willkommen zur Welt am Ball gegen unbequemme Schweizer gelingt erst in der Nachspielzeit der Ausgleich. Edeljoker Niklas Fühlkruck erlöst ganz Fußball-Deutschland und sichert seiner Mannschaft mit dem Last-Minute-Remy den Gruppensieg. Deutschland jubelt über ein Unfall. Die Völle läuft ein, ich bring das Ding scharf und so wie wir es im Training geübt haben, hat er ihn auch reingemacht. Wir sind mega happy, ich hatte meinen ersten Turniermoment. Ich bin dann auch zum Glück zu der Eckfahne, wo unsere Bank ist, weil das echt ein schöner Moment für so eine Mannschaft ist. Wenn man das dann zusammen feiern kann und da einfach zusammen dieses Glücksgefühl spürt. Leere Banges hoffen auf den Fanmeilen und auch auf den Stadionring. Es war schon ruhig, lange Zeit. Spieler eilig. Mentalität wird entscheidend sein, lass das Turnier beginnen, postet Toni Kroos. Für Kapitän Gündogan war der Last-Minute-Treffer wichtig für die Moral. Abwehrspieler Thar spricht gar von einem unglaublichen Team-Spirit. Wenn man sich ein Drehbuch schreibt, dann eher so wie ein 4-0. Also klar, ein 4-0 ist ruhiger, das ist entspannter, aber ich glaube emotionalisierender ist sowas. Auch wie die Gruppe dann in der Kabine war mit den Einrichtungsspielern, war schon sehr, sehr gut. Und ich glaube auch für Stadion war es wichtig. So und wir gehen nach Herzogenaurach zum Quartier der deutschen Mannschaft. Dort ist Christian Beilfuß. Christian, ist das Spiel nun ein Stimmungsdämpfer oder das richtige Spiel zur richtigen Zeit gewesen? Ja, das ist die Frage, die wir uns nach dem Spiel auch alle gestellt haben. Eins muss man vielleicht sagen, es war nicht alles schlecht, aber es war zu wenig gut. Und die Schweizer haben gezeigt, wie es geht, gegen Deutschland erfolgreich zumindest bis kurz vor Schluss zu spielen. Die haben das Mittelfeld vollgestellt mit Leuten und die haben eine enorme Laufarbeit verrichtet. Also ein großartiges Beispiel, Granit Xhaka, den kennen wir ja von Bayer Leverkusen dort. Der Kopf des Teams, der Spielmacher, der zieht die Fäden. Denn gestern hat er wahnsinnig hart gearbeitet, was der an Metern gemacht hat und sehr viel in die Zweikämpfe gegangen. Ich glaube, er hat auch eine gelbe Karte bekommen. Also die Schweizer haben sich voll reingehängt in das Spiel, haben das taktisch gut gemacht. Und ja, das hat der deutschen Mannschaft zum Nachdenken gegeben. Und wir haben hinterher auch mit Niklas Füllkrug dann nochmal darüber gesprochen. Das ist wichtig für uns, dass wir so ein Erfolgserlebnis in den letzten Sekunden einfach haben, um dann diesen Glauben auch mit in die nächsten Spiele mitzunehmen. Christian, jetzt haben wir den entscheidenden Mann gehört. Muss der nicht von Anfang an endlich mal ran? Wenn du mich fragst, ja. Und diese Diskussion haben wir ja schon mitgenommen in dieses Turnier. Es hat dann immer so gereicht halt in den Spielen vorher und es war ja auch gut. Und diese Idee von Julian Nagelsmann, wir versuchen das erstmal auf die spielerische, auf die Kurzpassmethode, wir versuchen in den Strafraum einzudringen, indem wir die Gegner dort auseinanderspielen, Räume schaffen, mit Gündogan und Havertz dann vor dem Tor gefährlich werden. Das hat ja auch bisher geklappt, weil Deutschland immer das erste Tor geschossen hat und dann der Gegner kommen musste und die Räume besser und größer wurden. Aber das hat gestern überhaupt nicht funktioniert. Man muss einfach wirklich sagen, Kai Havertz, der ohne Zweifel ein hervorragender Spieler ist und der in England mit Arsenal eine tolle Saison gespielt hat, der war einfach harmlos gestern. Er hatte Kopfballgelegenheiten, das trudelte dann alles so langsam auf die Latte. Hinterher steht dann im Ticker, Kopfball Havertz an die Latte, der war aber wirklich ungefährlich. Und ich habe mich arg gewundert, warum Maximilian Bayer als erste Offensivsturm-Wechsellösung dann kam und nicht Niklas Füllkrug. Dann kam Niklas Füllkrug für meinen Geschmack sehr spät. Und dann hat Füllkrug gezeigt, was er kann. Fantastische Idee, eben auch mit David Raumlitz zusammen zu machen. Das war ja auch ein Plan von Nagelsmann. Raum rein, auf Füllkrug, dann das Tor. Kann man aber ja auch eher haben. Und Julian Nagelsmann hat es in der Pressekonferenz zumindest mal angetippt, den Gedanken, dass Niklas Füllkrug jetzt ja eigentlich auch ein Mann für die Startelf sein könnte und sollte. Und ja, ich denke, darüber wird er auch noch weiterhin nachdenken. Christian, sehe ich übrigens genauso wie du. Lass uns doch mal nach hinten schauen auf die Innenverteidigung. Tah ist jetzt gelb gesperrt und Rüdiger angeschlagen. Also er muss umbauen, der Trainer Julian Nagelsmann. Wie wird das machen? Ja, das war auch schon interessant zu sehen gestern, weil Julian Nagelsmann, wir haben schon oft hier drüber gesprochen, ja diesen klaren Plan verfolgt. Wer im Kader welche Rolle hat, wer welche Aufgabe übernimmt, wer wo in der Hierarchie vielleicht auch steht. Und eigentlich war es ja bis kurz vor Kader-Nominierung Waldemar Anton, der die erste Wahl bei der Einwechslung gewesen wäre in der Innenverteidigung. Vielleicht auch Robin Koch, der Frankfurter. Dann kam Nico Schlotterbeck doch noch im letzten Moment zurück in den Kader. Und wer wurde gestern als Erster eingewechselt? Nico Schlotterbeck. Ich vermute aufgrund seiner großen Erfahrung, auch aufgrund seiner Kopfballstärke, den kannst du am Ende auch dann vorne eben nochmal mit reinschmeißen. Der ist noch jung, aber wie gesagt, mit Dortmund Champions League Finale gespielt, schon ein großes Turnier mit Deutschland, auch wenn es nicht so gut gelaufen ist. Also ich setze darauf, dass Antonio Rüdiger, wenn er denn gesund ist, er ist offenbar leicht angeschlagen und Nico Schlotterbeck die Innenverteidigung bilden. Und da würde ich mir relativ wenig Sorgen, ehrlich gesagt, machen. Der Schlotterbeck hat das gestern gut gemacht. Kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Wie geht es weiter bis zum Samstag, bis zum Achtelfinale? Ja, morgen werden die Spieler frei haben. Heute ist nochmal Training für die Reservisten und die, die in der zweiten Halbzeit erst eingewechselt worden sind. Das waren allerdings ja auch eine ganze Menge. Das geht hier um 12 Uhr los. Morgen ist dann für die Spieler frei. Können sie entspannen. Familien können kommen hier zu Besuch. Sie müssen allerdings in Herzogenaurach bleiben. Und dann ist eben der Blick morgen Abend in die Gruppe England. Wer kommt? Wer ist der nächste Gegner? Und dann geht die Arbeit los. Morgen Abend nach dem Spiel wissen wir, gegen wen wir spielen. Gut, ich begrüße ganz herzlich Jens Lehmann. Jens, herzlich willkommen. Moin. Moin. Wie hast du das Spiel gestern gesehen? Ja, so wie wahrscheinlich jeder auch. Zuerst ganz euphorisch und dann wurde es ein bisschen schlechter. Mit dem Gegentor wurde es nicht besser, sondern es war dann eigentlich eine Überraschung am Ende, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben. Ja, lass uns mal über die Führung der Schweizer reden. Was ist da schiefgelaufen aus deiner Sicht? Vielleicht können wir es nochmal, wir sehen es auch nochmal da unten, eingeblendet, vielleicht. Also jetzt aus dem Gedächtnis heraus schon mal, ist es prinzipiell so, dass eigentlich... Über die, unsere rechte Abwehrseite, ne? Ja, über unsere rechte Abwehrseite ist okay. Das kann passieren. Auch Tore fallen über die rechte oder die linke. Aber in der Regel musst du versuchen, wenn man verteidigt, immer Zeit zu stehlen. Und unsere Mittelfeldspieler sind dann halt in der Umschaltbewegung von vorne nach hinten auch manchmal zu langsam, sodass der Gegner Zeit hat, selber irgendwas Kreatives zu machen. Deswegen konnte er den Ball reinspielen und das Ende war natürlich gut gespielt, ist auch manchmal schwer. Manuel spekuliert nicht zu früh, ne? Doch. Weil er in die Ecke geht? Doch, ja. Geht er zu früh in die... Wenn er stehen bleibt, hat er wahrscheinlich. Ja, meinst du? Ist jetzt kein Fehler, aber kann er besser machen. Okay. Muss ja nur stehen bleiben. Ja, ich war nicht im Tor, deswegen verrägte ich dich ja an dieser Stelle. Aber ich finde bei Jonathan Tah, das ist eine Grundregel, dass du den... Du warst das, du warst Innenverteidiger, du darfst den Stürmer nicht... Ich bin gespannt, was du sagst. Du darfst den Stürmer nicht innen vorbeigehen lassen. Stimmt, ja. Also... Immer außen anbieten, immer außen anbieten. Weil wenn er hinter dir spielt, hat er noch Zeit, ne? Und alles, was Zeit kostet, hast du ein Problem. Alles, wo du Zeit gewinnst, hast du eine Chance zu verteidigen. Dann schauen wir noch auf den Ausgleich in der Nachspielzeit. War das das richtige Mittel dann logischerweise, weil es zum Erfolg geführt hat? Flanke, Kopfball einfach nur? Ja, anders geht es ja, da nicht gut gemacht. Ne, ne? Und haben uns eingeladen eigentlich noch das Tor zu schießen. Auch über das gesamte Spiel hinweg. Aber das ist so ein bisschen die Problematik unseres deutschen Spiels, dass wir eigentlich gegen so eine... die so steht, wie die Schweizer gestern. Du musst ein paar... Ja, du musst ein bisschen anders spielen, weil du hast ja... Toni Kroos zum Beispiel hat immer Zeit. Und ab und zu spielt er einen guten Ball, aber zu selten. Ja, und er weiß aber nicht so richtig genau, wohin er denn eigentlich spielen muss. Bevor wir über die einzelnen Spieler gehen, kommen wir. Wir begrüßen erst mal Feli ganz herzlich. Na, hallo. Hast du das Unentschieden verdaut soweit? Ich habe es langsam aber sicher verdaut. Vor allem, weil es tatsächlich auch ein Unentschieden dann noch geworden ist. Aber wir wollen mal ein bisschen einfach mal in die Einzelkritik gehen. Gucken wir hier auf unsere schöne Elfer-Aufstellung. Und da wir natürlich heute auch nochmal einen Torwart hier haben, können wir natürlich auch mal einmal hinten bei Manuel Neuer anfangen. Ich finde, er hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Können wir uns ein bisschen mal hier einmal in die Mitte kommen am besten. Dann können wir das nochmal ein bisschen besser sehen. Also, was sagst du? Manuel Neuer, gut oder nicht gut gestern? Sehr gut, sehr gut. Ein paar gute Kuraten gemacht. Ja. Wie gesagt, beim Tor. Ja. Aber war kein Fehler. Aber jetzt ist es auch schwer, so ein Spiel. Er hat ja nicht viel aufs Tor bekommen. Das ist er gewohnt. Deswegen ist er so gut. Man bekommt nie viel aufs Tor. Das seien die besten Torhüter aus, dass sie eben da sind, wenn es drauf ankommt. Okay. Machen wir vielleicht mal weiter mit Antonio Rüdiger. Aber ich würde sagen, nicht sein bester Tag. Würde ich auch sagen, ich mag seine Leidenschaft immer. Man hat auch gesehen, als er da auf einmal auf dem Boden lag, der braucht so Zweikampf, aber sehr nah. Als er auf einmal irgendwie, keine Ahnung, legt sich nochmal dreimal auf den Gegenspieler und hilft ihm dann hoch. Ja. Also das mag ich. Jonathan Tah. Ja. Schwierig. Schwierig? Schwierig. Ja, warum genau? Hat er gestern viele Fehler ins Spiel. Viele Fehlpässe. Ich auch, ja. Ja. Man merkt natürlich auch, ein paar Jungs sind Champions League nicht gewohnt. Und da ist das, das Tempo gestern war sicherlich einigermaßen hoch von den Schweizern, wenn sie nach vorne gespielt haben. Aber selber haben wir ja immer langsam gespielt. Auch wenn Musiala, auf den wir gleich kommen. Bei Musiala sieht es schnell aus. Ja, können wir gleich weitersprechen. Wenn du Tag mal sagst und Champions League, gilt das auch für Wirz, Andrich und auch die Stuttgarter, dass sie es nicht gewohnt sind. Die sind es nicht gewohnt. Auf internationalem Topniveau. Genau. Und jetzt ist, sagen wir mal, das wird natürlich die Herausforderung sein. Wenn sie dann im Achtelfinale auf England kommen oder auch auf Dänemark, sagen wir mal an, da sind ein paar Champions League Spieler dabei, dann wird die Intensität und das Tempo viel höher. Und das ist für die der erste Aha-Moment in der gesamten Saison. Den ein oder anderen Champions League Spieler haben wir ja natürlich auch dabei. Toni Kroos, über den wollen wir gleich auch nochmal sprechen. Aber ja, sicherlich, da fehlt es dem einen oder anderen sicherlich noch ein bisschen an Erfahrung. Genau. Das Auge hat die Geschwindigkeit und die Intensität noch nicht so häufig gesehen, wenn überhaupt. Kapitän Gündogan, auch besser gewesen in den letzten beiden Spielen als jetzt gegen die Schweiz, oder? Ja, ich fand ihn aber auch nicht schlecht. Er hatte einmal in der ersten Halbzeit eine gute Chance, wo Musiala ihm eigentlich einen schlechten Ball hinspielt. Ja. War schwer für ihn, aber er geht in die Spitze und das ist manchmal wichtiger, als einfach rumzustehen und auf dem Ball zu warten. Finde ich auch, ja. Es gab ja dann auch ein paar Einwechslungen. Wollen wir mal schauen, wer da alles reingekommen ist. Es ging los mit Raum, mit Füllkrug und dann hatten wir auch noch Schlotterbeck. Das sind die drei, über die wir jetzt nochmal sprechen wollen. Beginnen wir mal mit Raum. War das eine zu erwartende Entscheidung? Mich hat es ein bisschen überrascht, die ersten zwei Wechsel. Also Schlotterbeck und Raum sind als erstes reingekommen. Ich war schon ein bisschen überrascht. Schlotterbeck, glaube ich, weil TAR ein bisschen gefährdet war. Ja, ich glaube auch. Der hatte nochmal eine Situation, wo vielleicht Geldbrot hätte kriegen können. Das kann man dann noch nachvollziehen. 1 zu 1 Wechsel, Raum, Mittelstädt. Kann ich auch nachvollziehen, weil Mittelstädt, für den trifft eigentlich das zu, was wir gerade gesagt haben. Auf einmal wird die Intensität, der Druck und die Geschwindigkeit höher und das war nicht gewohnt. Und deswegen war nicht so gut gestern. Aber Füllkrug, muss man sagen, ein Joker, haben wir ja eben auch schon gehört, den man vielleicht in Zukunft nicht mehr nur als Joker behandeln sollte, sondern vielleicht doch mal in die Startelf packen sollte, oder? Bislang sprechen ja die Ergebnisse für Nagelsmann, dass er es richtig gemacht hat. Aber ich finde, hattest du nicht erwartet, dass er ihn früher bringt? Ich habe vor der letzten Wechsel mit Sané zusammen, also ich habe gedacht. Ich habe Bayer nicht verstanden. Ja, Bayer kann man. Ja. Ja, Bayer erstes Spiel auf so einem Niveau, wenn er dann ein Tor schießt, feiern sie alle den Trainer und toll gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also Sané und Füllkrug hätte mehr Sinn gemacht. Aber würdest du ihn auch als Joker behalten, wie Julian Nagelsmann das gesagt hat? Füllkrug meine ich jetzt in dem Fall, ja, ne? Bewährt sich ja, ne? Bewährt sich. Also hat er Pech gehabt, er ist halt ein Tor geschossen ab. Ist eigentlich blöd für ihn gelaufen. Ein blöd für ihn, kommt er nicht in die erste. Ich glaube, der hat so eine Statistik auch, ne? Die ist sensationell. Ja, schauen wir mal auf die Statistik von Toni Kroos tatsächlich. Die ist wirklich sensationell, muss man sagen. Obwohl der ein oder andere da vielleicht gar nicht so das Gefühl hatte, wenn er das Spiel geschaut hat. Weil man guckt ja auf Toni Kroos und dann denkt man, ach Mensch, der erlaubt sich eigentlich kaum einen Fehlpass. In diesem Spiel hat er dann doch den ein oder anderen nicht ganz so genau gespielt. Dennoch, er hatte die meisten Ballkontakte mit 127, die meisten erfolgreichen Pässe. Er hat die meisten Chancen kreiert, er hat die meisten Flanken und er hat auch die meisten Balleroberungen. Also keine allzu schlechte Statistik. Trotzdem, euch beiden hat er nicht so gut gefallen. Meiste Balleroberungen kann ich... Das überrascht mich. Das überrascht mich sogar. Ja, das überrascht mich, aber da ziehe ich Mut vor. Entweder waren die anderen so schlecht oder er so gut. Da muss er gut gewesen sein, wenn er das gemacht hat. Nur die Tatsache, dass er so viele Ballkontakte hat, spricht gar nicht dafür, dass wir gut waren oder er gut ist. Weil er darf eigentlich, wenn er in der Position, wo er spielt, gegen so ein System, was die anderen spielen, darf er eigentlich gar nicht so viele Ballkontakte haben, weil er macht sozusagen dann, ja, ist schwer zu erklären, ein bisschen fachlich, das Spiel wird langsam. Weil ich muss ihn eigentlich ausnehmen. Ich muss schnell von rechts nach links spielen. Und dadurch, dass Toni Kroos an den Ball kommt, wird es langsam. Gut, aber die meisten spielen ihn an, weil er sicher ist am Ball. Ja, aber das ist, genau, genau, aber das ist falsch. Nicht das Risiko, was du meinst, ne? Ne, man muss eigentlich, man muss schnell von rechts nach links spielen. Und natürlich spiele ich Toni Kroos an, weil da weiß ich, er ist ja ballsicher. Aber das bedeutet ja, da ist immer noch ein Kontakt dazwischen. Ja. Wir haben ja auch eben gesagt, es braucht vielleicht ein paar Spieler mit Champions-League-Erfahrung. Er ist nun einer, der wohl die meiste Champions-League-Erfahrung hat. Und trotzdem hat er vielleicht ein bisschen vermissen lassen, ja, diese Führungsqualität in der Mannschaft, dass er die anderen da ein bisschen mitzieht und ein bisschen mehr Struktur reinbringt. Wie seht ihr das? Ich glaube, dass die Schweizer ihn aber auch ganz gut attackiert haben teilweise, ne? Also sie haben schon aufgepasst, dass er nicht so viel machen kann, ne? Aber er zieht sich auch gerne immer nach hinten zurück, ne? Weißt du, diese Linksverteidiger-Position von da aus macht er gerne. Genau, ich hatte auch mal die meisten angekommenen Bälle in einer Saison, in zwei Saisons. Weil bei mir Jan Koller vorne war. Auf jeden langen Ball hat er den berührt, weil er so zwei Meter groß war. Also das sagt manchmal nicht unbedingt, was für die Qualität des Spiels ist. Also sobald der Ball ankommt, sobald der andere einfach einmal mal angenommen hat, egal was er danach damit macht. Ist ein angekommener Pass. Okay, gut, traue nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das kennen wir ja, ne? Sehr gut, ja. Das Ganze. Das stimmt. Schauen wir nochmal auf ein paar strittige Szenen, die es da tatsächlich gegeben hat. Der Schiri, ja, heute Morgen nicht der allzu beliebteste, muss man sagen, hier in Deutschland. Und das Internet feiert ihn tatsächlich als Man of the Match der Schweizer. Weil er nämlich nach Meinung sehr vieler doch keine allzu gute Schiri-Leistung abgegeben hat. Wie seht ihr das? Also Schiedsrichter, um ehrlich zu sein, Schiedsrichter interessiert mich nicht so großartig. Der war jetzt nicht perfekt, aber auch jetzt nicht so schlecht. Hat seine, äh, seinem Mann im Ohr, hat kommuniziert mit seinen neuen Richtern. Schnellgelbe Karten manchmal gegeben, fand ich. Aber diese Szene hier, da müssen wir doch drüber sprechen. Also der junge Mann wird hier runtergetackelt in bester American Football-Manier. Und dafür gibt es dann keinen Elfer. In anderen Situationen hat es dann doch, äh, schnellen Pfiff gegeben, schnelle Karten gegeben. Hm. Auch diese Situationen kann man übersprechen. Also zu der, zu der Bayer-Situation kann man streiten. Sehen wir jetzt als Foto, da sieht es klar aus. Aber wenn man es im Spiel sieht, hat Bayer sich ja auch zurückfallen lassen. Ja. Und dann machst du ja, dann machst du ja, dann weiß ich nicht, hintenrum sieht man es nicht genau. Bin ich mir nicht sicher, kann man geben. Ich meine, die war klar. Musiala war klar, ja, der Fautin klar. Ja. Dann sprechen wir über gelbe Karten, er hat eine an Schacker verteilt, wo ich auch eine Sache sagen muss. Wir sind Deutschland, Heimteam. Dann sehe ich, ähm, Rüdiger und ich sehe Mittelstädt. Für nichts rollen die sich ab. Ja. Ja, und, äh. Rollen die sich ab? Ja, also so, so nach dem Foul, ne? Ja, und rollen sich auf dem Boden. Bisschen Name-Master. Ja, sehr theatralisch. Genau, den. Ja, ich finde, das brauchen wir nicht zu sehen. Nee, das will ich auch nicht gerne. Vor allem Respekt, gute Jungs, aber das will ich nicht so sehen. Das ist so, das macht auch unsympathisch. Du, bei Chakka, die Szene, die du meinst, die gelbe Karte, du hast natürlich gesehen, er wollte schon so ein bisschen. Ja, aber der hat nichts gemacht. Nee, hat ihn aber nicht getroffen. Nee, genau, hat auch eine gelbe Karte. Ich finde auch manchmal, die Auswahl oder wie das beurteilt wird, ist schon, ja. Bisschen schwierig einfach, ja. Und die Szene, da sagst du ganz klar, das Tor, das danach fällt von Andrich, zählt nicht, weil Musiala hier das Foulspiel geht, ne? Ja, es war ein Foul, ne? Und nach der neuen Regelauslegung ist es dann halt so. Ja, die hören ja auf zu spielen. Aber nach dieser Regelauslegung muss man dann auch sagen, doch dieses Tackling, was hier von findigen Internet-Usern ein bisschen als Wrestling dargestellt wurde, das hätte man doch eigentlich dann zumindest mal sich selber anschauen müssen. Er hat zwar den VR sich angucken lassen, aber er selber hat ja dann darauf verzichtet, nochmal sich diese Szene anzugucken. Hätte man vielleicht erwartet, dass er das macht. Ja. Ich frage mich nicht, was der VR eben gesagt hat. Vielleicht hat er auch gesagt, nee, ist für mich auch keiner. Du brauchst gar nicht gucken, wahrscheinlich irgendwie sowas. Das wissen wir nicht. In welcher Sprache auch immer. Das stimmt. So oder so, durch Niklas Vöhlkrug haben wir den Gruppensieg sicher. Das heißt, wir können jetzt auch mal schauen, wie es für uns weitergeht. Und das ist natürlich nicht unspannend. Wir sehen also, Achtung final qualifiziert, Spanien, Deutschland, Portugal und natürlich auch die Schweiz. Ja, und da steht jetzt dann natürlich für uns das Spiel gegen den Zweiten der Gruppe C an. Und wenn wir hier mal auf die Gruppe C schauen mögen, ja, dann ist das. Das ist eine Gruppe, in der noch wirklich alles möglich ist. Dann wissen wir eigentlich gar nichts mehr. Nee, da gehen wir noch mal kurz raus. Das ist die falsche. So, gucken wir noch mal. Und jetzt. Da ist alles möglich. England, Dänemark, Slowenien, Serbien. Einer von denen wird es werden. Das spielen die morgen dann aus. Was glaubt ihr? Wer wird es werden? Und wer wäre denn der angenehmere Gegner? Ja, beziehungsweise Jens, die Engländer bisher noch nicht so im Turnier drin, oder? Nee, das macht sie gefährlich. Weil sie stehen oben an der Spitze, werden mit größter Leidenschaft vermeiden, dass sie gegen uns spielen müssen. Weil das war schon immer so. Das war schon immer so. Die haben mehr Angst vor uns als umgekehrt, glaube ich. Und vor allen Dingen jetzt im Achtelfinale. Also im Halbfinale ist es okay, da freust du dich immer. Da kannst du es auch nicht mehr aussuchen. Genau, aber im Achtelfinale ist es schwierig. Deswegen glaube ich eigentlich, dass die Tabelle so am Ende da auch bleiben wird. Okay. Julian Nagelsmann hat sich inzwischen auch noch mal zu möglichen Achtelfinalgegnern geäußert. Scheint ihm irgendwie egal zu sein. Hören wir mal rein. Ich gehe davon aus, dass wir einen sehr guten Gegner haben. Ich finde alle vier Mannschaften tatsächlich unbequem. Man hätte da, glaube ich, jetzt vor dem dritten Spieltag mit einer klareren Verteilung der Punkte gerechnet. Das ist nicht der Fall. Demnach können alle noch unsere Gegner werden. Aber ich, ja, es bringt nichts, jetzt eine Präferenz zu äußern, weil ich es nicht beeinflusse. Und dann, wenn sich Präferenz nicht wird, dann heißt es hinterher, das ist der Angstgegner vom Nagelsmann, der es jetzt geworden ist oder irgendwas. Der Angstgegner vom Nagelsmann. Das finde ich sehr schön wohnen. Hätten aber gerne gewusst, jetzt welcher das ist, ne? Ja, das hat er leider dann nicht mehr verraten, wer jetzt tatsächlich der Angstgegner ist. Also mein Angstgegner wäre doch tatsächlich England, muss ich sagen. Ja, aber normalerweise, wenn es England nicht wird, das Achtelfinale hört sich dann machbar an, ne, durchaus, oder? Also ich habe die Dänen gesehen. Unangenehm, wie immer. Unangenehm, sehr unangenehm. Gute Mentalität, ne? Spielen ja dasselbe System, zum Glück, wie die anderen drei Mannschaften in unserer Gruppe jetzt. Ja, auch hinten Fünferkette. Also eigentlich machbar. Wenn du auf England triffst, wird es eng. Wer hat dich da am meisten beeindruckt bisher? Neben unserer Mannschaft in den ersten beiden Spielen? Die Spanier vielleicht? Ja, ist jetzt einfach zu sagen, die Spanier, weil sie einfach guten Fußball spielen. Aber du weißt selber, du spielst einen guten Fußball, ist denen schon mal passiert. Alle haben die gelobt und Titelfavorit und auf einmal gibt es eine Standardsituation, weil die sind alle sehr klein und dann verlieren sie. Apropos klein, ne? Da können wir aber nochmal über die Italiener sprechen, die ja heute auch nochmal spielen. Entschuldigung an dieser Stelle an alle Italiener. Das war natürlich nicht böse gemeint. Haben bislang ein bisschen enttäuscht. Die müssen auch nochmal ein bisschen einen drauflegen, oder? Ja, von Italien erwartet man mehr. Die sind amtierende Europameister. Und bei denen ist immer so, entweder voll drin oder voll draußen in den letzten Jahren, ne? Stimmt, ja. Und die Italiener würde ich nie abschreiben, weil sie irgendwo immer ein Ergebnis holen können. Gegen die will man auch nicht spielen, ne? Gegen die willst du, weil die sind einfach... Unangenehmer Gegner. Unangenehmer, defensiv. Jens, das Niveau des gesamten Turniers bisher und das ist der Torhüter natürlich. Das wollen wir noch schnell von dir wissen. Also ich habe jetzt natürlich auf unsere Gruppe geschaut. Und deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig. Unsere Gruppe war jetzt nicht so gut, ja? Ich finde, die anderen Gruppen waren teilweise besser vom spielerischen Niveau. Ich bin zum Beispiel auch überrascht und auch positiv überrascht von den Holländern. Also die Holländer... Nicht nur fernmäßig gut drauf, auch auf dem Platz seien sie eine Menge, das muss man sagen. Gut, gegen Frankreich, ein bisschen glücklich, einen Unentschieden geholt, musste erst mal schaffen. Aber bei denen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie weit kommen. Torleute ist schwierig immer für mich. Spanien? Deswegen fragen wir dich ja, wir haben ja gar keine Ahnung davon. Spanien? Nein, den Torhüter meint man. Ach so. Irgendwann ist mal, das sieht man bei einigen Ländern, die haben eine andere Torfahrt, Ausbildung gehabt, die sich rein auf die Linie beschränkt und auf Fußballspielen. Okay. Sonst nichts mehr. Deswegen bin ich ja ein Fan auch von Manuel Neuer. Ja. Der ist ein bisschen mutiger. Das stimmt. Und der ist auch dadurch unterhaltsamer. Das finde ich immer gut. Unterhaltsam ist immer gut, ja? Nicht so, deswegen schauen wir Fußball. Das gefällt uns. Das war sehr unterhaltsam mit dir hier, würde ich sagen, an dieser Stelle. Es war sehr unterhaltsam. Vielen Dank für den Besuch. Wir haben uns sehr gefreut. Und Achtelfinale dann am Samstag. Bist du dabei? Ja, wir müssen ja, ich glaube Sonntag. Wieder hier sein. Muss ich mal schauen. Bist in Dortmund. Ja, ich gehe gerne nach Dortmund. Das weiß ich doch, oder? Das Stadion, das hilft uns ja weiter. Natürlich, ne? Ja, sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall. Spätestens am Sonntag, wie am Samstag, ne? Also, viel Spaß weiterhin bei der EM. Haben Sie einen schönen Tag. Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.